hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play elden ring wir sind in der kristallhöhle von raya lucaria kristallhöhlenmoos wir hören die ganze zeit diese rade hier noch mehr ratten ja dieser folge nehmen wir uns dieser tollen höhle hier an wenn der die ganze höhle voller kristall ist ich frage mich auch ob das wahrscheinlich wurde diese höhle als erstes entdeckt und daraufhin hat man die akademie drumherum gebaut das wäre halt logisch weil du kannst diese höhle halt nicht kreieren außer durch einsatz von magie doch ich weiß ja ein dieser magier den sind wir ja schon begegnet davon gibt es noch sehr viel mehr hier ja okay guckte ja gut der keine ahnung von dem hatte ein bisschen mehr der mensch genommen easy am feuerbomben sind wirklich nicht so schlecht ich sollte die häufiger verwenden kuckucks schimmer stein alles klappt kristallhöhlenmoos kristallhöhlenmoos hi oh das war ein starker blitz oder äh ja sauber warm entspannt so kann ich mein leben wieder auffüllen bei dir kollege tot silberne glühwürmchen erstens hinten wertvolles objekt okay wertvolles objekt voraus ich hoffe diese community lügt mich diesmal nicht an aber es ist ein lilaner gegenstand steinschwertschlüssel ja okay dann haben wir nur minus eingemacht hier lügner voraus ja natürlich ist hier keine wand blödes spiel gemeines spiel gut dann gehen wir jetzt mal hier hin wo wir als zweites hingehen sollen eine tür nacheinander besiegen versuchen okay interessant dass hier eine tür eingezimmert wurde ua ju du siehst ja ein bisschen richtiger aus ua ju wala was war das denn aua lol ich wollte schon sagen wo bin ich denn hier gerade hingekommen bitte fall nicht nach unten danke gerade so okay dann kann ich kurz hier die truhe öffnen kristallstab falls wir magisch spielen wollen würden oh das ist dieser heftige scheiß das war ein ganz würdes fenster für ein backstep aber ich akzeptiere ein ah what the hell das sind zauber die also er kommt hier runter ne kopflos hast du von meinem nasenbein gebrochen hey was wo kommt der jesus sprießen das höhlen muss ja dann lieber so ja okay hier oben war da nichts mehr 121 runen das ist irgendwie immer noch sauber hier nicht runenbogen haha jetzt könnte ich den theoretisch wieder aktivieren wenn ich wollen würde das sieht das ist so platziert als ob da hinten was sein würde ne aber ist es nicht ah üne bosse machen wir mal ja ne gehen wir einfach rein wir können aber das hier trinken kristalliner sperr und starb aua wir machen kein damage aber so gar nicht warum zu teufel crouche ich haha jetzt mache ich damage ich mache jetzt auch gar nicht mal so wenig damit also irgendwie hatten die eine art rüstung und jetzt ist die durchbrochen ja und die explodieren into nothing er macht magie mother fucker ich habe es halt nicht geblockt ne ich wurde halt einfach getroffen damn it stufen könnt ihr attributsmittel von und verbessern ich sag mal so ich versuche da jetzt einfach durchzuspringen ich habe keine lust die alle nochmal zu besiegen ich kann natürlich das schlicht hier anmachen ich glaube ich hätte auch ich sollte auch kein problem haben da einfach durchzuwenden ich erwarte dass hier immer noch ein runenbogen für mich droppt ist ja einfach nur ein bisschen ein bisschen geizig krank kristallhöhlenmoor so bye 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 yes uh durchrennen funktioniert offensichtlich falsche richtung fuck my life ja ich werde abgeballert ja du bist ja der hat ja auch gar nichts gedroppt vorhin frag mich ob er was droppt weißt du was ich hole mir mal Hilfe richtig whack aber es geht ja nur irgendwie darum nacheinander viel Schaden also nicht viel Schaden sondern einfach glaube ich nur viele Treffer ich glaube darum geht es naja die sind halt auch einfach gleich alle tot warum sorgle ich gerade so mit dem war ich noch nie so gestruggelt bis er zack zack ey solange du da dein Ballett machst ist alles entspannt ne also ist ja auch entspannt dass er einfach die ganze Zeit gestaggert wird oder nicht zum Schlag kommt solange ich aua krank magie ist voll gemein ey verdammt das sind irgendwie schöne Zauber bam naja jetzt ist dein Leben aber vorbei darling kristalliner starb das ist ja schon gemein bam kristall kristall ah ok tatsächlich ein Zauber den da warte wertvolles Objekt suchen ein Fahrstuhl daran kann ich mich gerade noch nicht erinnern wo komme ich denn da hin ich kann mich von Raya Lucaria ja ja moin oh aller es regnet und dann musst du noch so eine Treppe hochgehen wenn es so fucking hoch schon ist ne ach wunderschön keiner doubt it Terra Magica ok Vision hiervon etwas Unglaubliches ok ich geh nochmal zurück weil to be honest eigentlich er war eben bin ich blöd eigentlich sollte hier ein anderer Gegenstand sein ja den hab ich auf keinen Fall ich habe sechs Steine verschlüsselt das ist schon mal gut to know aber hm ja ich lese mir gleich ein paar Sachen durch ne wenn wir schon zwei das Teilhürde der Akademie löne das Seenland freie mein Brot zahl glückseligkeit Bist du nicht blöd? Naja. Dann wohl erstmal nicht der Geist. Eigentlich hätten wir eine Klangperle finden müssen. Meiner Erinnerung nach. Deshalb bin ich sehr irritiert, dass wir das nicht tun. Ja. Wir haben aber einiges an Sachen. Erstmal, die wir uns einmal ganz kurz anschauen können. Ich glaube, hier war nichts Neues außer Drachenwundenfett. Im Laufe der Zeitalter verloren die Drachen die steinernden Schuppen ihrer Vorfahren und sind nicht länger unsterblich. Entweder sind die ganzen Spiele, Elden Ring, Dark Souls und so weiter, alle doch irgendwie miteinander verbunden. Oder die Entwickler haben echt keine anderen Ideen, was mit Steinen passiert. Äh, was mit Drachen los ist. Weil Steine, äh, Steine als Zeichen der Unsterblichkeit fürs Drachen ist etwas, was die schon ein paar Mal hatten als Idee. Äh, wir hatten hier... Hier, Michalas Lilie. Eine feine Wasserlilie aus reinem Gold, die langsam verwelkt. Diese Blume steht im Heiligbaum für den Glauben. Angeblich liebt Michala der Himmlische diese Blume, als er noch jung war. Grau-Reif-Kristallknospe? Eine junge Pflanze in einem Kristall eingefroren, bevor sie aufreifen konnte. Findet man häufig in kalten Regionen, ja, ja, ja. Hier. Blassleuchtendes Moos, durchsetzt mit feinen Kristallen, wächst in dunklen Höhlen. Unter den Moos besitzt diese Variante einzigartige medizinische Eigenschaften. Alright. Äh, wir hatten noch... Und hier hatten wir nichts. Da. Eine Schimmersteinzauberreihe der Akademie von Ryle Ocaria zeichnet ein Siegel der Akademie auf dem Boden und versteckt so die magischen Kräfte aller, die in dem Siegel stehen. Einst wurde dieses Siegel vom höchsten Glockenturm der Akademie gewirkt und umfasste ihr gesamtes Gelände. Das Siegel selbst ist so mächtig, dass es in einem kurzen Augenblick absolute Neulinge mit so viel Wissen erfüllt, dass sie zu wahren Zauberern werden. Alles klar? Kristall Explosion! Diese Zauberei stammt von den mysteriösen Kristallianern. Er schafft eine Kristallmasse, die kurz darauf explodiert und ihre Splitter in einen Hagelsturm über ein großes Gebiet verteilt. Hochrangige Adeptin, Adeptin der Kristallianer bevorzugen diese Zauberei, die von manchen auch die Kristallsonne genannt wird. I see where that come from's. Äh, den hier hatte ich, ne? Wuchtiger Ansturm. Mit dieser Waffe an der Hüfte stürmt ihr schnell vorwärts und stoßt zu. Haltet die Tastur... Ja, okay. Wird nichts besonderes aus. Wir hatten den... Zauberstab. Ein Stab aus reinem Kristall. Kein Mensch könnte solch eine Waffe herstellen. Was schlägt Kristallianer-Zauberreihen? Die vage Philosophie der Kristallianer ist als Weisheit des Steins bekannt. Diesen Stab können nur Personen von großer Weisheit führen. Joa, 48 Weisheit ist hier jetzt schon nicht ohne, ne? Boah, Alter, das Geglitzer von diesen Dingen macht mich grad ein bisschen wahnsinnig. So. Äh, wir gehen erst einmal zurück zur Tafel der Gnade. Ich weiß nicht warum. Also. Ah, doch, der ist noch hier. Läu. Ah, du wieder, ist es? Der Rekusant hat einen Lacken. Kannst du glauben, dass sie mich geholfen haben, jetzt, nach dem, was sie gemacht haben? Ich kann gar nicht glauben, dass sie mir selbst glauben. Sie denken, dass ich ein Fuss? Du kannst mich überraschend lernen, dass ich sie auf dem Offen genommen habe. Dann habe ich nur gefragt. Der Ort der Rekusant-Hidehout. Es ist auf Mount Gelmere. Found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched Rekusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanyer. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. Mm-hmm. Alles klar. Der hat die Einladung angenommen von den Mördern. Lol, haben wir mit dir überhaupt geredet? We meet again after all. We did not. I apologize for any offense given by my bearing. But I'm quite unable to move. You see. So. What do you need? Your Talente lernen. Okay, interessant. Ich habe einiges an Optionen hier. Ey du, ich habe Godric besiegt. Ah. You defeated Godric and claimed yourself a great rune. Hm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale. Didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on. Take it. Regiers Rapier plus 8. Bam. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Über den Leichnam unter Sturmschleier. The misshapen corpse on the Stormvale. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed knight of assassination is known. It happened during the golden age of the earth tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the rune of death from Maleketh, the Black Blade. And on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history. And it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked. And if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. And we found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you, all the better. Damn. Er ist hier am Verrotten. Aber der hat mir eine fucking plus 8 Waffe gegeben. Ein Stoßschwert von überragender Qualität mit filigraner Verzierung. Die bevorzugte Waffe des Zauberers Roger. Um ihr volles Potential zu nutzen, braucht der Träger viel Geschick. Wahre Meister entwickeln mit dieser Waffe einen Stil, bei dem jeder Angriff fließend in den nächsten übergeht. Schimmerfallernachs. Ein Talent der verzauberten Ritter, die der königlichen Familie von Carrier dienen. Erzeugt einen Bogen magischer Schimmerklinge über euch, die Gegner automatisch angreifen. Setzt mit einem starken Angriff nach, um einen Sprungstoß abzuhängen. Ja. Äh, ja, mir ist wieder eingefallen. Kein Wunder, dass ich nicht das gekriegt habe, was ich eigentlich gesucht habe. Bei den Schimmersteingegnern. Habe ich irgendwas Neues für dich? Ich bin Roger. Habe ich mich mit einem Mann, der Roger? Du wißt, der Schmerz der Schmerz auf der Balkonie. Er war ein kreisierter Schmerz in den Zeiten. Kein Wunder, dass er ihn einfach nicht verletzt hat. Er war ein kreisierter Erd. Er war ein kreisierter Erd. Er ist 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 nicht mehr. Du siehst ihn jetzt. Okay. All right. Er verrottet. Du, ja, alles klar. No major golden orda. Der wird wahrscheinlich nichts Neues zu sagen haben, weil ich noch nichts Neues wirklich erlebt habe. Äh, hier. Ich kaufe mal den. Ich könnte mir hier alle holen. Ja, ich habe keine Klangperle. Ja, ich habe eine Klangperle gesucht und ich weiß jetzt auch, wo sie ist. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war in der falschen Höhle. Wer hätte das gedacht, nachdem ich so irritiert war? Ja, starr. Glaube ich. Müsste die richtige Höhle sein. Äh, aber. Da gehen wir, denke ich mal, als nächstes hin. Wir versuchen aber uns erst einmal noch ganz kurz, ein, zweimal an den guten Drachen. Weil, warum nicht? Warum einfach nicht, ne? Na komm. Ich könnte Hilfe holen, aber... Ich weiß halt nicht, wie du auf Dinge reagierst. Au. Ich muss doch sagen, du musst doch erst einmal fauchen, bevor du attackierst. Er macht schon viel Schaden. Oh, sag mal. Vorne. Einmal ins Gericht. Ja, okay. So weit kann halt er eigentlich noch nicht wegfliegen in diese Richtung. Das Gute ist, die Drachen haben so gut wie alle dasselbe Moveset. Zumindest die Drachen, gegen die ich gekämpft habe. Aber auch jetzt nicht alle bediebt, die es in dem Spiel gibt. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich gegen sowas vorgehen kann und soll. Ja, das ist ein bisschen frustrierend. Nochmal. Man muss halt wirklich basically flawless hier sein. Weil jeder Angriff von einem Gespeil ist halt tödlich. Ich möchte meine 8000 Rugen gerne haben. Danke. Eigentlich hätte ich das auch gegen deinen Kopf richten können, diese Attacke. Ich würde sagen, wo bist du denn hin? Ich lebe noch. Fuck me. Ja, moin. Aber auch da. Keine Ahnung, wo ich eigentlich hier drängen gehen könnte und sollte. Keine Ahnung, wie mich das jetzt gebrochen hat. Aber ist okay, ne? So ein Ausfallschritt nach vorne. Natürlich habe ich gegen den Stein geschlagen. Auch nett. Ich habe ausgewickelt. Voilà. Okay, machen wir mal. Boom. Und schauen. Ja, ein bisschen Damage war ja schon. Ein interessanter Move. Okay, schwarze Flamme ist wirklich gar nicht mal schlecht. Sollte ich jetzt vielleicht nicht das Schild ausrüsten, weil... Was bringt mir das? Ich werde hier keine Angriffe wegschilden. Bam. Nochmal zwei normale Hits bevor ich das ja... Abandon, zack. So. Da bin ich einfach inzentriert komplett reingerollt. Du lässt dir viel Zeit. Warum habe ich das jetzt überlebt? Sag mir das. Okay. Hä? Damn. Ich konnte aber nicht weiterfahren, ne? Äh, weiterfliegen. Weiterfahren. BAM! BAM! Und ein Drachen. Und ein Drachenherz. Eine neue Kraft der Drachen ist an der Kathedrale der Drachenkommunion verfügbar. Alright, alright, alright. Okay. Lagen hier noch herum, die ich nicht eingesammelt habe. Alright, alright, alright. Was bist denn du für ein Gebilde? Ah, schön. Ich gehe gleich direkt zu einer Grayson, dann kann ich ein Level up haben. Zaubererei versuchen. Gut. Gut, dann halt. So. Ey. Was soll das? Danke. Dunkelschmiedestein 2. Naja, alles klar. Gut, das war's dann für diese Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da, um keine weitere Folge zu verpassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.